Abends in Frühling und Sommer, wenn es draußen angenehm ist, auf der Terrasse sitzen und die gemütliche Stimmung genießen. Was passt da besser als so ein schönes, stimmungsvolles Windlicht? Mit dem Stempelset Wiesenruhe und den dazugehörenden Stanzformen Wiese ganz schnell gestaltet. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Also bleibt unbedingt dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Weiter geht es mit den Spielzeugen aus dem neuen Jahreskatalog 2021-22. Du hast ihn noch nicht, dann bestell ihn doch einfach bei mir. Schreib mir eine Nachricht und du bekommst ihn zugeschickt. Dieses Windlicht steht heute auf meinem Plan mit diesem wunderschönen Stempelset Wiesenruhe und den dazugehörenden Stanzformen. Ich glaube, da kommt ganz viel an Ideen dieses Jahr von mir und garantiert auch von anderen. So einfach und schnell gemacht. Man könnte es jetzt auch in weiß gestalten oder ganz einfarbig oder ganz bunt. Ja, ich habe hier ein Windlicht drin, so ein großes LED-Licht. Kann man natürlich auch ein kleines reinsetzen. Einfach so drüber stülpen. Ich habe das gleiche Windlicht als allererstes. Der Prototyp sozusagen ganz groß gebaut. Das wird sicher auf meinem Tisch sehen, wo ich rausschauen kann in den schönen Garten mit Wiese. Und ein bisschen Wiese habe ich dann auch auf meinem Tisch. Jo, das Kleine zeige ich dir also jetzt. Und es geht auch gleich los. Gar nicht lange aufhalten. Wir machen hier mal ein bisschen Platz. Ich habe aus dem Jahreskatalog, damit du auch weißt, wo mein Material herkommt, auf der Seite 135. Da gibt es so schimmerndes Pergamentpapier. Das nutze ich dafür. Ich habe jetzt in der Farbe, kommt gleich Papaya. Genau, ich übe immer noch die Neuen. Da ist mein Filios wesentlich besser. Der ist ja auch vor mir schon dran und hat schon die in Kallas vorgestellt. Ich hänge etwas hinterher. Ich habe ein Stück zugeschnitten in den Maßen 10 x 20 cm. Und da kann man ganz schnell ausrechnen. Da kann ich aus so einem Blatt, hier sind alle in Color Farben drin, könnte ich aus einem Blatt gleich vier solche Windlichter bauen. In der Packung sind zehn Bögen Papier drin. Fertig zugeschnitten. Viel mehr passiert auch nicht. Ich brauche doppelseitiges Abreißklebeband, nur dort für die Notfälle und Stanzformen. Da habe ich schon mal vorbereitet, habe ja hier schon gezeigt. Die Stanzform Wiese habe ich benutzt. Und hier habe ich meine ausgestanzten Formen drin. Gestanz diesmal in Ceradon, in Lodengrün und in Grundweiß. Wie machen wir das? Wir wollen ja immer so einfach schnell und kurz und knackig basteln. Hier siehst du, habe ich hauptsächlich auf der einen Seite praktisch die Gräser angeordnet. Bei dieser Laterne habe ich es reihum gemacht. Ich werde es jetzt hier auch nochmal wahrscheinlich einseitig machen, aber das weiß man bei mir nicht ganz so genau. So, allererst nehme ich das doppelseitige Abreißklebeband. Suche den Anfang, auch das kann dauern. Hier ist er. Klebe ihm so im unteren Drittel auf. Einmal quer rüber, komplett. Das ist schon mal der Anfang. Schön andrücken. Notfalls nochmal das Falzbein nehmen und richtig drüber schleudern. Wir können jetzt überlegen, soll ich es zeigen oder nicht? Hier siehst du, habe ich embossed. Das werde ich jetzt auch mal machen, weil, warum nicht? Einmal zeigen, du weißt, dann wird der Föhn gleich wieder laufen. Wie geht das? Wir nehmen das embossing Material. Dafür brauchen wir das Versamark-Stempelkissen. Dann brauchen wir ein Stempel. Dann nehme ich hier diesen Schriftstempel aus Wiesnruhe. Der hat es mir sofort angetan. Und da hieß es ganz schnell, dieses Stempel wird meine sein. Allein deswegen. Und da tragen wir jetzt hier mal an einigen Stellen diese Schrift auf. Dieses Papier, Pergamentpapier, das hat so eine angeraute Oberfläche. Wie wer das nicht mag, dann nimmt die andere Seite. Damit kann man auch gestalten. So, jetzt kommt hier noch mein Embossing-Pulver drüber. Einmal schleudere ich das hier so locker über das ganze Objekt. Und dann nochmal in die andere Seite. Wenn hier irgendwo Punkte auf der Unterlage sind, werden sie weggepustet. Oder wir haben da so einen klitzekleinen Pinsel. Damit können wir auch nochmal ein bisschen versäubern. Das machen wir auch. So, und dann, du kennst das sicher schon, kommt mein Embossing-Föhn zum Einsatz. Das zeige ich mal hier rüber. Mit einer Stromquelle. Mit der Technik nicht zerstören. Und einmal kurz füllen. Zeig dir das mal. Siehst du das? Die linke Seite der Schrift ist bereits eingeföhnt. Wird dann leicht glänzend und glänzend und erhaben. Und bei der anderen Seite siehst du immer noch, da ist das Pulver noch völlig unbedarft. Das ist noch ganz trocken, also ganz liegt einfach oben auf. Das fühle ich jetzt. Das ist noch ganz trocken. So, dann kannst du dir anschauen. Das ist der fertige Emboss-Effekt. Das ist überall jetzt angeföhnt. Und gibt so einen schönen Effekt, so einen nostalgischen Seite räumen. Und jetzt geht's los. Ich nehme meine Kräuter hier aus meiner Kräuterkiste sozusagen. Und wenn man noch irgendwo Standsteile drin sind, ist das auch nicht schlimm, dann drücke ich die mal schnell raus. Überlege mir, dass ich eine Mitte hier auf dem Blatt ansetze. Gehe jetzt natürlich mal einen Klebestreifen hier unten ab und fixiere ganz einfach meine Gräser der Reihe nach auf der Unterlage. Und so, dass sie unten können sie überstehen, schneiden wir gleich ab. Und oben würde ich sie wahrscheinlich nicht überstehen lassen. Ich bin es schick, wenn sie da etwas weiter unten sitzen. Damit der Rand von dem endlich noch gut zu sehen ist. Aber da kann natürlich wieder jeder, so wie er möchte, seine eigene Idee und Kreativität für sich entdecken. So, das kann übereinander oder nebeneinander auch da. Alles möglich. Ich mach das mal ein bisschen tiefer, mal ein bisschen drauf. Vier Stück, kennen wir ja schon, mag ich nicht so. Machen wir ja fünf. Kann sich gar nicht entscheiden bei diesen schönen Gräsern. Ich will mal ein bisschen was Schräges draufsetzen. Ja, das überlege ich. So wird es ja gleich dann zusammengeklebt, ob mir das so schon gefällt. Aber es ist fast komplett voll. So gefällt mir das. Gut, super. Jetzt nehme ich mir ein Band. Und überlegt, ich nehme das helle oder doch das Lodengrün. Wenn noch du siehst, ich bin noch in der Entscheidungsfindung. Hier habe ich das Lodengrün genommen. Und ich nehme jetzt wirklich mal das Helle. Ich setze das hier direkt auf, auf den Streifen von meinem Klebe. Und damit es hier vorne ordentlich hält, setze ich noch mal einen Klebestreifen direkt drüber. Wirklich da genau drauf. Aber dann haben wir das super fixiert. Und alles hält und ist gut abgedeckt. Klick auf nichts mehr. Und jetzt setzen wir es gut machen. Ich brauche gerade von rechts gut andrücken, abschneiden. Und hier unten waren es sich schon die Stiele einfach abschneiden. Tisch sauber machen. Kräuterkiste. Dann nehmen wir uns noch so ein Schild drauf. Das ist ja auch in den Stanzformen drin. Dieses. Sempeln wir dann gleich. Und dann habe ich noch ein paar Schmetterlinge. Und so ein kleines Schild. Weiße Schmetterlinge. Schmetterlinge in Seele. Das sortieren wir uns gleich. Und jetzt biege ich das Ganze leicht. Also ich wähle es. Und setze mir auf der rechten Seite oder links ist egal. In doppelseitigen Kleber an. Und damit es genau um ein Windlicht passt, werde ich das nochmal umpassen. Und dann gutfalls eine Markierung machen. Und ansonsten hier hinten einfach gleich zusammenkleben. Ja, also ich sehe genau das, wo es muss. Zu groß geht es immer. Zu klein ist blöd. Dann passt es nicht drüber. Okay, abziehen. Und jetzt so hinlegen, dass ich es gut anpassen kann. Das ist links und rechts die gleiche Höhe hat. Und dann drücke ich es an. Und dann setze ich es drum und du siehst. Es passt perfekt. So, jetzt steht das hier vorne so ein bisschen ab. Und dafür nehmen wir jetzt die Mühle Brüder zum Korrigieren. Haben wir denn wieder was verschleppt? Eine Pink Zettel. Ja, solltest du sie so sehen, kannst du mir hinterher wieder schreiben, freue ich mich. Ich nehme jetzt hier so ein Gludert und setze ihn an die Stellen, wo mir die Gräser zu sehr abstehen. Einfach drunter und drücke es an. Ja, nur nicht am Finger lassen, so wie jetzt, sondern noch mal zweiter Versuch. Einfach drunter setzen, gut verstecken und andrücken. Und das mache ich hier bei dem Weißen auch. Ein, zwei, drei Gluderts. Einfach drunter setzen und andrücken und vielleicht mit einem gleich andere noch mit fixieren. Der Grüne hier ist auch noch fällig. Das Grüne da. Das setzen wir da hin. Und für dieses hier vorne, das... Ein krieg da auch, genau. Jetzt setzen wir oben an. So, super. Das ist schon, siehst du, ziemlich schick, die also finde ich zumindest, oder? Jo, jetzt geht es noch fertig mit der Gestaltung. Das soll ja nicht ewig dauern, ist ja ein schnelles Windlicht. Ich nehme noch die doppelseitigen, die Abstandsklebepunkte. Und ich habe schon wieder Begriffe verloren. Und werde hier noch zwei Schmetterlinge aufsetzen. Und diesen Gruß, den machen wir drauf. Und zwar nehmen wir dieses große Schild und das kleine Schild. Auf das kleine Schild machen wir den Stempel mit Liebe. Und auf das große, setzen wir den Freundschaftsgruß. Genau. Mit Liebe sitzt. Und der Freundschaftsgruß kommt als nächstes. Ist ja eine schöne, kleine Geschenkidee oder ein Mitbringsel. Also. Die Sache mit dem Schief kennen wir schon. Das lassen wir jetzt so. Das ist in Ordnung. Wir könnten das auch durch Band auffädeln, aber ich setze das wirklich obendrauf. Und zwar mache ich wie folgt. Vor allem ein Stempelkissen zu. Und ziehe es in der Mitte einmal so rum übers Falzbein und an den Enden in die andere Richtung. Dadurch ist das so schön gewellt. Und man kann nicht das hier perfekt aufsetzen. Und da die Schrift schon schief ist, werde ich es jetzt auch schief aufkleben. Und zwar in die andere Richtung. Hinten zwei Abstands Klebepunkte drauf. Und das Ganze mittig. Die mittigste Stelle hier. Nehmen wir es jetzt so rum schief drauf. Genau. Dieses kleine. Mit Liebe. Setzen wir hier ran. Und das gibt ja so schöne kleine Kordeln. All Basics. Dann nehmen wir gleich ein Stück. Wählen das hier drauf. Mittig. Gucken, dass gleiche Enden sind. Normalen Nähknoten. Auch wenn man früher geübt hat, dass man diesen Knoten hinkriegt. Irgendwann hatte man es drauf. War fast so schwierig wie eine Schleife. So. Und da tun wir so, als ob wir das irgendwo an einem Grashalm hängen. Dafür bieten sich natürlich wieder kluderts an. Wenn du noch sagst, wo sie sind, sie hat sie weggeräumt. Eingludert. Und das ist auch schon wieder zur Neige. Sind aber auch eine schöne Sache. Und das hängen wir hier so an ein Gras dran. Und da hängt dann jetzt dieses Freundschaftsgroß mit Liebe. Warum nicht? Die Enden werden schon mal gekürzt. Nichts falsches Abschnitten. Nur die Enden. Jo, soweit. Jetzt geht es zu den Schmetterlingen. Sind Schmetterlinge oder sind es Motten? Motten. Motten klingt halt nicht so schön, oder? Und ja, Schmetterlinge klingt immer super. Motten klingt so wie von wenigen Motten halt. Ich habe gezogen, wählt wieder die Pinkzette. So, da sitzt die eine Motte oder der Schmetterling. Wir überlegen, auch unseren haben wir hier noch so ein schönes Schmetterling. Ganz sicher mal äußern. Also hier so ein Zähler, dann setzt man hier oben, wenn ich knicke die gleich so ein bisschen an. So. Und damit hier drüben nicht zu wenig ist, sitzt hier noch der andere Schmetterling. So, was fehlt noch zum Glück? Ein Schleifchen. Wir haben es ja noch nur noch ein Schleifchen. Wir hätten ja auch schon das Kleine von dem Anhänger mit Liebe. Aber wir machen hier noch ein Schleifchen. So, wir haben ihn kriegen. Cooles Band. Gibt es passend in den In Colors. Ich habe meine erste Serie so gut wie aufgebraucht. Weil das ist schon wieder so etwas, was da liegt und was man einfach nur schnell nimmt. Und es passt so perfekt zu den Farben. Das ist immer der Vorteil von solchen Sachen. Alles Ton in Ton. Ja, wenn du sehen willst, wie der Stempel Nerd mit den In Colors spielt, schau dir sein Video an. Ich verlinke das gern. Ganz begeisterte Stempel Nerd spielt. So, jetzt kommt die Schleife wohin. Ja, es soll auch nicht zu viel werden. Ich setze die mal hier unten hin. Warum nicht? So, um das zum Abschnippeln. Ja, fertig. Fertig. Ein sommerliches, kleines Windlicht mit vielen Gräsern. Passend zur Wiese, im Garten oder auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder hinter dem Warmen. Also drin, hinter der warmen Scheibe. Wunderschöne Idee finde ich, gut zu verschenken. Ich hoffe, es gefällt dir genauso wie hier. Dann gib mir doch unbedingt einen Daumen hoch. Und willst du meine Idee nachbasteln? Dann speichere sie am besten in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Hast du Fragen zu den Projekten, zu den verwendeten Materialien? Frag einfach. Abonniere meinen Kanal, klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Das kostet dich nichts, aber du verpasst keine meiner weiteren Videos, Ideen und Anleitungen. Die verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Alle Maße findest du auch auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de Nun wünsche ich dir kreative Zeiten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie Ich freue mich auf den Kanal, pos Systems-Istus зем 1991. vestigern assemblee jeweils lowers die Schmerzunie. Tschüss. 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 T Roll, tatt. R мар. Jenny knee. Tschüss. T App. Kollr, tk. Tschüss. cych.